Musik ist die direkteste Äußerung der Seele. Und alles, was die Menschen empfinden, können sie durch die Musik ausdrücken. Und wenn sie das können, sind sie wesentlich glücklicher, als wenn sie das nicht können. Denn jede Form von Musik ist seelische Befreiung oder Ausdruck einer inneren Haltung oder eines Gefühls, eines Bedürfnisses. Und deswegen ist es so wichtig, den Menschen diese Möglichkeit zu geben, das auch auszudrücken. Wenn man den Menschen diese Möglichkeit nimmt, dann kann es gefährlich werden, weil es dann in eine andere Bahn gelenkt werden muss. Jeder Mensch hat das Grundrecht, seine emotionalen Befindlichkeiten, seine Gefühle durch Musik auszudrücken. Und da kann man das in einer wunderbaren Weise machen, kann es mit anderen noch zusammentun, kann es mit anderen verzahnen und kann unglaublich schöne Dinge damit schaffen. Ich glaube, uns wäre der Zweite Weltkrieg erspart geblieben, wenn man den Herrn Adolf Hitler seiner Malerei gelassen hätte. Und das ist sie, wie die Er recib Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020